Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. Die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Matthäus 8, Vers 32. Herr, danke für diesen Moment. Danke für dein Wort. Danke, Joshua Maschia, für alles was du tust in unserem Leben. Wir preisen deinen Namen, Herr. Amen. Nochmal, ich grüße euch im Namen Joshua Maschia. Ich möchte was mit euch heute teilen, also uns alle noch ermutigen. Halleluja. Zur Info hatten wir gestern ein Treffen hier in Regensburg. Erweckungstreffen und auch, also hauptsächlich Missionsbericht. Die Mission in Kamerun, das war in Yaoundé und in Douala. Da, diese Mission berichtet, also wurde, also einfach berichtet, also alles, also was wir dort gemacht hatten, also die, wie der Herr dort gewirkt hatte. Also über 200 Leute wurden getauft, also viele, also viele leben zurück zum Herrn, viele haben sich wieder mit dem Herrn vereint und so. Also Leben geändert, hatten wir auch Kleidungen verteilt und Projekte über, also Krankenhausaufbau in Douala, in Yaoundé auch. Grundstück von 2500 Quadratmetern wurde gespendet und das haben wir auch besucht. Wir haben auch ein Fangzentrum für, also Kinder im Fangzentrum besucht und Joshua sei gelobt. Halleluja. Also es ist wichtig, dass man einfach die Geschwister berichtet, was man also auf Missionen erlebt hat und so weiter. Und die Geschwister, die Gemeinde in Deutschland hatte auch knapp 2500, 2400 Euro so ungefähr gespendet für diese Missionen. Und das hatten wir dort auch abgegeben und das konnten die Geschwister auch vor Ort richtig, richtig helfen. Halleluja. Und wir danken Joshua Maschia dafür, für was er tut. Halleluja. Amen. So, heute möchte ich also das Thema, was ich also gestern angesprochen hatte, ein bisschen vertiefen und noch erklären. Wir hatten gestern über die Vision gesprochen und in dem Gespräch, also heute mit meinem Sohn, habe ich einfach festgestellt, dass ich vielleicht, dass ich das nochmal hier geben sollte. Und ich spüre einfach, ich sollte das also weitergeben, uns alle ermutigen und das mal vertiefen und Schritt für Schritt mal angehen. Halleluja. Herr, es ist ein Wort, leite und führe mich. Halleluja. Amen. Also, die Vision. Die Vision. Nehmen wir unsere Bibel, die Bibel in, äh, ich nehme die BIM auf Deutsch, äh, Entschuldigung, BIM auf Deutsch. Das ist, das ist, hier, nehmen wir die Bibel, äh, in Sprüche, Sprüche 29, Sprüche 29, Sprüche 29, ab Vers 18. Sprüche 29, Vers 18. Halleluja. So, die Bibel sagt hier in Sprüche 29, Vers 18. Wenn keine Vision da ist, wird ein Volk zugelost. Aber glückselig ist es, wenn es die Tora beobachtet. Halleluja. Also, da muss man sich also erstmal, müssen erstmal definieren, was also eine Vision ist. In der Erbefelder steht, äh, was anderes, also als Vision, in der Erbefelder steht, äh, Gesicht, äh, Gesichter. Wenn ich mich, äh, ich gucke mal, Erbefelder. Halleluja. Ja, in Erbefelder, Vers 18 steht, wenn kein Gesicht da ist, wird ein Volk zugelost. Aber glückselig ist es, wenn es das Gesetz beobachtet. Halleluja. Also, hier wird, wurde also, äh, Vision, äh, als mit Gesicht, ähm, übersetzt. Aber, ähm, nehmen wir mal Luther, dann sehen wir genau, was da, was da steht. Halleluja. Vers 18, in der Lutherbibel steht, weiß, wo keine Weissagung, obwohl, äh, dieser Begriff, schad so auf, äh, oder kast so auf, äh, auf, ähm, auf, äh, auf, äh, auf Ebrich, bedeutet einfach Vision. Das ist einfach Vision. Halleluja. Und haben wir das also richtig in der BIM übersetzt. Amen. Und da steht, da wo es keine Vision gibt, ohne keine Vision gibt, also gibt, äh, ähm, ist das Volk einfach zugelost. Zugelost, also geht das in die Richtung, bremst, also ohne Bremse. Auf Französisch, also Dessort, Unordnung. Die Leute sind einfach in, da lebt man also in so eine Unordnung. Man weiß nicht, in welche Richtung man geht. Also Vision, die Bedeutung also von der Vision, Definition von Vision, Vision ist einfach ein Ziel. Viele von uns, viele Leute haben einfach keine Ziele. Die leben wie Leute, wenn man also die Leute hier, äh, äh, sieht, also man hat das Gefühl, also vor allem die jüngeren Leute, die wissen nicht, also was sie wollen. Die wissen überhaupt nicht, in welche Richtung sie da gehen werden. Wissen nicht. Und viele Christen haben einfach keine Ziele, keine Visionen, keine, äh, Richtung. Man weiß nicht, also in welche Richtung, wohin sie wollen, was sie wollen. Man sieht also, ein, wie die Leute von Gemeinde zu Gemeinde springen, von, von, ähm, ähm, diesem Pastor, von dem da, von dieser Religion oder von anderer Religion. Also die Leute sind einfach ohne, viele haben keine Visionen. Man weiß überhaupt nicht, also was sie wollen. Und mein Bruder, meine Schwester, was willst du, was ist überhaupt dein Ziel im Leben? Was willst du überhaupt tun? Viele wissen überhaupt nicht, warum sie auf dieser Erde sind. Ja, wo gehen sie hin? Was ist los? Was ist mit dem Leben überhaupt? Was ist, was machst du? Was ist, was ist überhaupt mit deinem Leben? Was hast du vor? Was willst du? In welche Richtung, äh, willst du gehen? Was ist mit deinem Leben? Und das ist, für viele Leute. Aber eins wissen wir. Wir stehen, also wir, wir, wir werden geboren und dann irgendwann werden wir sterben. Aber in diesem Zeitraum, von, von unserem ganzen Leben, was haben wir vor? Was, äh, viele wissen überhaupt nicht, warum sie auf dieser Erde sind. Warum? Was haben wir, was ist los mit dem Leben? Was ist das Leben überhaupt? Und das sind so viele Fragen, die man sich ja so irgendwie stellen kann. Und, äh, 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 man steht einfach fest, ja, ach, dass viele von uns keine Vision haben. Und deswegen sagt die Bibel hier ganz klar, da wo es keine Vision gibt, ist das Volk zügellos, ist das Volk einfach ohne Bremse. Man tut Dinge und man, man hat also keine Grenze. Die Leute leben, wie sie wollen, machen alles, was sie wollen und haben keine Grenze und wissen überhaupt nicht, wohin sie gehen. Einmal hatte ich also eine Doku da angeschaut und der Satanist, der da war, hatte also von ihrer Satanist-Bibel gesprochen. Und der Typ sagte also, eine ihrer höchsten oder größten Gebote da drin, das steht also in dieser satanistischen Bibel, also die Leute, die Teufel-Anbeter sind. Er sagte also, dass, ähm, die, äh, eine, äh, Gebot da drin ist, ähm, mach deine Wille, mach was du willst. Deine Wille, also deine Wille geschieht, also was du willst, also und dann tu das grenzenlos, egal wie du willst. Mach das grenzenlos, ohne Grenze. Das heißt, die, die, die Leute leben ohne Grenze, die Leute leben einfach ohne Bremse. Die Leute leben, wissen nicht, also leben in einer sogenannten Unordnung. Kein Wunder, dass diese Welt irgendwann mal zerstört wird, weil das Ganze, äh, diese ganze, äh, Unordnung, die bringen einfach die Leute, äh, bremslos zu leben, in viele Gefahren, merkt, schau mal also, was gerade passiert, hä, wir sind kurz davor, in den dritten Weltkrieg, also zu haben, zwischen Mächte, die, die Atom, äh, Atomwaffen haben und, 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 und so weiter. Ohne Vision, ohne Vision ist das Volk grenzen, also, äh, einfach zügelos, keine Bremse. Bremse. Und das merkt man also auch in vielen Gemeinden, in viele, in viele, also im Leben von vielen Christen, dass die Leute einfach nicht mehr wissen, wohin sie wollen, was sie vorhaben. Halleluja. Also, die Vision ist also ein Ziel. Vision ist ein Ziel. Und, die Bibel, als die, 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 die Bibel sagt das ganz klar, als die erste Gemeinde, die erste Gemeinde, ähm, entstanden ist. Die Bibel sagt, in Apostelgeschichte, Kapitel 2, gehen wir mal, in Apostelgeschichte, Kapitel 2, ähm, Vers, Vers 17, Halleluja. Und es wird in den letzten Tagen geschehen, sprich Elohim, dass ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen werde und eure Söhne und eure Töchter prophezeien werden und eure jüngeren Leute Visionen sehen werden und eure alten Träume haben werden. Halleluja. Die Bibel sagt hier, durch den Geist, durch den Heiligen Geist, werden die jüngeren Leute Visionen sehen. Die Visionen, die werden also Dinge sehen, die eine bestimmte Richtung geben, die bestimmte Ziele geben, die öffnen, die bestimmte Türen öffnen, eine Richtung gehen, wie sie leben werden. Halleluja. Durch den Heiligen Geist. Also der Geist des Herrn, der Geist des Herrn, also gibt uns Visionen, gibt uns also Richtungen, gibt uns in welche Richtung wir überhaupt leben, also Ziele gibt, wie wir leben werden. Halleluja. Das ist es. Sonst werden die Leute einfach leben, wie sie wollen und ohne Bremse, ohne Richtung und dann gibt es eine Unordnung. Halleluja. Das ist es, also die Vision. Was ist deine Vision? Was ist überhaupt dein Ziel? Was willst du überhaupt im Leben erreichen? Was sagst du vor? Was du tust? Habt ihr überhaupt also die Athleten gesehen? Also die Leute, die wollen also zum Beispiel jemand, ein Athlet, also will unbedingt eine Goldmedaille kriegen? Das ist sein Ziel, das ist seine Vision. Er hat vor, also eine Goldmedaille zu kriegen. Was tut er dafür? Er arbeitet hart dafür. Er begrenzt sich sogar für verschiedene Sachen. Er tut das, er macht das. Er hilft das so einfach. Ja, so ist es. Alleluja. Und ich glaube, also in der Bibel gibt es sogar, in der Bibel gibt es sogar dieses Beispiel. Alleluja. Oh, Joshua, Maschia. Das ist es. Die Bibel spricht auch von Athleten, die einfach laufen und tut alles, damit sie, damit sie einfach, ah, ich finde diesen Vers nicht, aber werde ich es später bringen. Alleluja. Joshua sei gelobt. Und es ist so, liebe Geschwister. Das ist es, seine Vision. Wenn man also Vision hat, was ist überhaupt die Vision, was ist deine Vision? Was ist dein Ziel? Was willst du überhaupt im Leben erreichen? Alleluja. Es gibt Leute, die Vision, also es gibt echte Visionen, wahre Visionen und falsche Visionen. Es gibt echte und unechte Visionen. Da muss man auch aufpassen. Weil da gibt es also Leute, die sagen, ja, der Herr hat mir gesagt, das, das, das. Er hat gesagt, das, das, das. Der Herr möchte gern, dass ich das tue. Der Herr möchte gern, dass ich das tue. Bla, bla, bla. Oder man hat mich gesagt, ich soll das tun. Aber man kann auch falsch liegen. Die Ziele, die Ziele von unserem Leben sollen mit dem Herrn besprochen werden. Oder je, es muss erstmal ein höchstes Ziel geben. Alleluja. Höchstes Ziel, hatte ich also gestern auch gesagt. Das höchstes Ziel, also von uns alle, ist in Matthäus Kapitel 6, habe ich das noch gelesen. Kapitel 6, Vers 33. Alleluja. Höchstes Ziel von allem. Wünscht euch aber zuerst Elohim Reich und seine Gerechtigkeit. Und diese Dinge werden euch alle hinzugefügt. Das heißt, Joshua Maschia, das Reich des Herrn, das Leben mit dem Herrn Joshua Maschia, ist unser höchstes Ziel. Alle, alle erstes Ziel. Unsere erste Vision. Alle erste. Weil ohne ihn können wir nichts tun, sagt die Bibel. In Johannes Kapitel 15. Ohne Joshua Maschia können wir nichts tun. Und das ist es, liebe Geschwister. Wir, wir sollen zuerst unser Herrn Joshua Maschia suchen. Das soll also unser höchstes Ziel. Weil die Bibel sagt, also wenn Joshua Maschia ist für uns ans Kreuz gegangen, ist für uns gestorben, ist für uns auferstanden, damit wir mit ihm in der Ewigkeit leben. Liebe Geschwister, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist also, dass wir mit dem Herrn sind. Dass wir mit ihm bis in der Ewigkeit sind. Alleluja. Höchstes Ziel. Es gibt also viele Gemeinden, die Visionen haben, die bestimmte Ziele haben, die so viele Werke, die so viele Dinge tun und erreichen wollen. Aber ohne dieses Prio 1 Ziel klappt den Rest überhaupt nicht. Und das ist also, was die Bibel uns hier sagt. Zuerst Elohim. Zuerst sein Reich. Elohims Reich. Alleluja. Zuerst Elohims Reich. Und dann wird der Rest also hinzugefügt. Alleluja. Das ist es. Das ist also, was die Bibel uns sagt. Alleluja. Oh Joshua Maschia. Du bist so wunderbar, Herr. Du bist so wunderbar. Ich preise deinen Namen, Joshua Maschia. Und das ist es. Der Herr will, dass wir zuerst, dass wir zuerst ihn suchen. Amen. Das ist unser erstes Ziel. Wenn wir nicht den Herrn Joshua Maschia als höchstes Ziel, höchste Vision haben in unserem Leben, dass alles, was wir tun, mit Joshua zu tun hat, dass alles, was wir geben, was wir leben, alles, wenn das hier nicht im Fokus ist, dann ist diese Vision schon zu verloren gegangen. Alleluja. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo Leute, Leute falsche Visionen gekriegt haben. Zum Beispiel, der Herr sagte zu Jeremia, diese Leute, die kommen und die reden in meinem Namen, aber die haben falsche Visionen, die reden also für sich, nicht für mich. Und das ist das Problem. Alleluja. Nehmen wir mal Jeremia, Jeremia Kapitel 14, das ist also ein einfacher Vers normalerweise. Ich glaube 14, 14. Alleluja. Und Jahwe sagte zu mir, die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und sie nicht entboten, noch zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Visionen der Lüge und Wahrsagung und Nichtigkeit und Druck ihres Herzens. Es gibt Visionen der Lüge, Visionen, die nicht von dem Herrn kommen. Visionen, die einfach inspiriert, also von dem Teufel, inspiriert, also von Menschen selber und werden einfach als Visionen des Herrn verkauft. Und wie erkennt man also solche Visionen? Durch einfach ihre Handlungen, durch ihre Werken, durch ihre Früchten, sagt unser Herr. An ihre Früchte werdet ihr sie erkennen. Alleluja. Diese Propheten wollten nur den König, also ihr müsst also einfach ein ganzes Kapitel alles lesen und genau die Geschichte kennen. Diese ganzen Propheten, die gegen Jeremia gekämpft hatten, wollten unbedingt den König gefallen, die Menschen gefallen, aber nicht dem Herrn. Alleluja. Alleluja. Die Bibel sagt also in Galatas, dass wenn ich Menschen gefallen will, dann bin ich nicht ein Diener des Herrn. Visionen, die da sind, also nur um Menschen zu erheben, Menschen zu erheben, die, da muss man also aufpassen. Die Bibel spricht also von Visionen der Lügen. Was steht da überhaupt als Kommentar? Wörtlich Visionen. Alleluja. Visionen der Lüge und Wahrsagung und Nichtigkeit und Druck ihres Herzens. Alleluja. Genau. Kennt ihr euch also die Geschichte von diesem, von dem jungen Prophet und dem jungen und dem alten Prophet? Der junge Prophet hat ja so ein Wort, also vom Herrn bekommen, eine Vision, also einen Auftrag vom Herrn gekriegt. Geh und mach das, 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 das und so weiter. Er ist gegangen. Aber dann kam also irgendein sogenannte Typ da, also so ein alter Prophet. Und der alte Prophet hat also irgendwelche Geschichten erzählt, ja, dass der Herr ihm mal so etwas gesagt hätte. Die Bibel sagt ganz klar, dass er gelogen, er hatte gelogen. Er hatte gelogen. Kennt ihr noch die Geschichte, also im ersten König, Könige, Halleluja. Ich suche das mal. Oh, Halleluja, Halleluja. Der, das war im ersten König, Kapitel, ich weiß nicht mehr. Ach, ich suche das, ich suche das. Ich suche das. Der Typ hatte einfach gelogen. Oh, genau. Ich habe das also gefunden. Das ist also in der ersten Könige, Kapitel 13, Abverse. Also, ich will erst mal erläutern, dass es Visionen der Lüge gibt. Und da muss man also aufpassen. Halleluja. Nicht alle Visionen, nicht alle Ziele, die da kommen, kommen also von dem Herrn. Halleluja. Ein alter Prophet aber wohnte zu Bethel und einer seiner Söhne kam und erzählte ihm alles, was der Mann Elohim an dem Tag zu Bethel getan hatte. Die Worte, die er zum König geredet hatte, die erzählten sie auch ihrem Vater. Und ihr Vater sprach zu ihnen, welchen Weg ist er gegangen? Und seine Söhne hatten den Weg gesehen, denn der Mann Elohim ist gegangen, der aus Jehuda gekommen war. Da sagte er zu seinen Söhnen, zahlten mir den Esel. Und sie zahlten ihm den Esel und er riet darauf. Und er riet dem Mann Elohim nach und fand ihn unter einem Therabinten sitzen. Und er sagte zu ihm, bist du der Mann Elohim, der von Jehuda gekommen ist? Und er sagte, ich bin es. Da sagte er zu ihm, komm mit mir nach Hause und iss Brot. Er aber sagte, ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir hineingehen und ich werde kein Brot essen und kein Wasser mit dir trinken an diesem Ort. Denn, sagte er, das ist der Junge, denn ein Wort ist zu mir geschehen durch das Wort des Herrn. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser dort trinken. Du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren, auf dem du gegangen bist. Liebe Geschwister, das ist der junge Prophet, was er von dem Herrn selber bekommen hatte. Diese Vision, die er vom Herrn, dieses Ziel, die er direkt vom Herrn gekriegt hatte. Und, liebe Geschwister, schauen wir mal, was der andere Prophet ihm gesagt hatte. Und er sagte zu ihm, auch ich bin ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Yahweh und gesagt, Bringe ihn mit dir in deinem Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Lest mal alle zusammen. Schau mal, liebe Geschwister, was da steht. Er belog ihn. Er hatte diesen jungen Prophet einfach belogen. Also, da muss man aufpassen. Es gibt Visionen der Lüge. Es gibt auch Lügner. Und ihr Ziel ist einfach, dass man sein Ziel verfehlt. Halleluja. Und die Bedeutung, die Bibel sagt, dass die Sünde, die Bedeutung, die Definition von der Sünde ist Ziel verfehlen. Denn Joshua, Maschia gibt uns Visionen, gibt uns also bestimmte Ziele. Das erste Ziel, unser erstes Ziel ist, mit dem Herrn zu sein. Unsere Vision im Leben, unsere höchste Vision im Leben ist, mit dem Herrn zu sein. Sein Reich, seine Gerechtigkeit. Alles, was mit dem Elohim, Joshua, Maschia zu tun hat, zu tun, zu sein. Aber die Sünde, die Sünde bedeutet Ziel verfehlen. Das Ziel von der Sünde ist, dass wir unser Ziel verfehlen. Unser Ziel, also unser Leben mit dem Herrn verfehlen. Das heißt, alle, die höchste Vision, das höchste Ziel von uns alle ist, mit dem Herrn zu sein. Aber die Sünde, die Sünde nimmt uns weg von dieser Vision. Und deswegen muss man also auf Visionen der Lüge aufpassen. Und dann zweitens auch Leute, die einfach in der Lüge sind, aufpassen. Die kommen und wollen uns von unserem Ziel einfach wegnehmen. Diese Menschen können auch Familienmitglieder sein, Freunde sein, egal wer. Die sind in der Lüge, leben in der Lüge. Leben selber in der Sünde, haben Visionen der Lüge, haben Dinge, die selber tun, das Falsche sind, nicht mit dem Herrn. Aber ihr Ziel ist, dass wir unser Ziel verfehlen, mit Joshua Mashiach zu sein. Halleluja! Also es gibt wahre Visionen, falsche Visionen, also Visionen der Lüge. Und es gibt auch die, die genau für den Teufel arbeiten und wollen, dass wir nicht auf dem Weg bleiben. Und kommen und verführen uns. Das sind Verführer. Hm. Oh. Deswegen, liebe Geschwister, die echte Vision, die echte Vision ist basiert, ist gegründet auf dem Wort des Herrn. Basiert auf Joshua Mashiach. Wenn es nichts mit dem Herrn zu tun hat, wenn es nicht die Wahrheit betrifft, dann muss man schnell wegrennen. Und wir müssen auch selber sicher sein, sicher sein, dass wir mit dem Herrn sind. Weil der Junge da, dieser junge Prophet, er hatte das Wort des Herrn gekriegt. Aber, er dachte, okay, das ist der alte Prophet, das ist ein alter Mann, er hat bestimmt so viel Erfahrung, er ist bestimmt so, er kennt den Herrn schon länger als ich, bla bla bla. Und hat einfach ihm vertraut, statt was dem Herrn ihm gesagt hatte. Wisst ihr, was dieser junge Prophet überhaupt, also die Sünde von diesem jungen Prophet war? Seine Sünde war einfach, auf einmal, auf einmal ist das Wort, was er vom Herrn bekommen hatte, was Wahrheit war, das wurde einfach Lüge. Er hat auf die Lüge, er hat die Lüge angenommen und die Wahrheit weggetan. Und viele von uns haben das Wort des Herrn da. Statt das Wort des Herrn zu nehmen, wir nehmen, was andere Leute sagen. Wir vergleichen das nicht mal. Deswegen sage ich immer wieder, ich sage die Geschwister, ich sage alle, immer wieder, die Zeit ist gekommen, dass wir alles mit dem Wort des Herrn vergleichen. Halleluja. Oh. Oh, Joshua Maschida. Herr, ich preise deinen Namen. Und deswegen hatte ich das auch letztes Mal gesagt, es gibt verschiedene Stufen von Visionen. Die Vision, die Vision, also was man, also die generische Vision, würde ich das so nennen. Alle, unsere, alle wollen im Himmel, alle, wir wollen alle, unseren Herrn, mit unserem Herrn im Himmel sein, in der Ewigkeit mit ihm sein. Das soll alle, für uns alle unser Ziel sein. Halleluja. Und es gibt auch andere Stufen von Visionen. persönliche, jeder, alle von uns, unser Herr gibt uns also bestimmte Ziele zu erreichen in unserem Leben. Halleluja. Und diese Ziele, meistens sind sie verbunden mit unseren Fähigkeiten, die Fähigkeiten, die unser Herr gegeben hat. Wie zum Beispiel, jemand, der, keine Ahnung, jemand, der zeichnen kann, der andere kann nicht zeichnen, oder jemand, der nähen kann, oder jemand, der singen kann. Nämlich singen. Es gibt Leute, die singen können, aber können nicht unbedingt Musik spielen. Halleluja. Es gibt Leute, die spielen, bestimmte Instrumenten, aber sie sind nicht unbedingt Sänger. Yeshua, Maschia gibt Fähigkeiten und mit diesen Fähigkeiten sollen wir bestimmte Ziele, bestimmte Ziele in unserem Leben erreichen. Und er gibt die Fähigkeiten und die Vision auch dafür. Halleluja. Das sind also irgendwie Visionen, die ich, also einfach persönliche Visionen oder persönliche Visionen, die gebunden mit Fähigkeiten sind. Wir hatten letztes Mal also in Matthäus also 25 über diese Talenten gesprochen. Die Talenten, die den Herrn gegeben hatte. Die Bibel sagt ganz klar, dass er diese Talenten, die Anzahl der Talenten war gebunden mit den Fähigkeiten der verschiedenen Leute. Halleluja. Einige, einer hatte fünf und dann drei und eins. Also fünf nach seiner Fähigkeit. Eins nach seiner Fähigkeit auch. Aber derjenige, der eins hatte, was hat er da getan? Statt das Ziel, die Ziele oder die Vision des Herrn, also zu erfüllen, was hat er getan? Er hat das genommen und das begraben. Und der Herr war so sauer. Sein Herr war so sauer und sagte, was hast du da getan? Das ist überhaupt nicht die Vision, die ich gegeben hatte. Die Fähigkeiten, die du hast, sind bestimmt, die sind also für etwas. Mein Bruder, meine Schwester, was tust du überhaupt? Du hast solche Fähigkeiten, die den Herrn gegeben hat. Was machst du damit? Was willst du? Oh, Joshua, Maschia. Matthäus, Matthäus Kapitel 25. Ah, je, 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 Herr. Matthäus 25. Ich will nur den Vers, diesen Vers lesen, nicht die ganze Geschichte. Vers 25, Vers 15. Und er gab einen fünf Talenten, einen anderen zwei, genau zwei, nicht drei, zwei, einem anderen eins, jedem nach seiner eigenen Kraft. Was steht da bei Kraft? Halleluja. Das kommt vom griechischen Wort Dynamisch und bedeutet Macht. Ja, nach seiner Macht. Gesächlichkeit, eine Kraft, die aufgrund ihrer Natur in einer Sache liegt, die jeder Person oder Sache ausübt und er vorhebt, die Macht, Wunder zu vollbringen. Halleluja. Nach seiner Fähigkeit, nach seiner Kraft. Und sofort reiste er in ein Fremdesland. Genau diesen Vers wollte ich lesen. Er hatte diese Talente, diese Talenten, fünf, zwei und eins, nach ihrer Kräfte, jede nach seiner eigenen Kraft. Alleluja. Und das sind also diese Visionen, die dem Herrn auch jede einzelne Person auf dieser Erde gibt. Diese Talenten sollen eine bestimmte Visionen erfüllen, bestimmte Ziele erfüllen. Aber was machen die Leute? Begraben das. Viele wissen nicht mal, was den Herrn erwartet, von denen erwartet. Viele. Und verlieren so viel Zeit in irgendwelchen Sachen. So viel Zeit verloren. Ohne Ziele. Liebe Geschwister. Herr, möge unser Herr uns helfen. Das ist es. Der Herr sagt, dass wir ihm dienen sollen. Dienen mit all unserer Kraft. Allem, was wir da haben. Und da verlieren die Leute so viel Zeit. So viel Zeit. Also das ist diese andere Art von Visionen, die ich in der Bibel sehe. Diese Visionen, die gebunden, die verbunden mit den Talenten, mit den Fähigkeiten, die dem Herrn einfach gibt. Alleluja. Alleluja. Und das ist es. Was hast du gekriegt? Was ist also, was den Herrn von dir erwartet? Alleluja. Was hast du gekriegt, liebe Geschwister? Was will Joshua Maschia? Was erwartet Joshua Maschia von dir? Alleluja. Und da sind also die Leute, verlieren so viel Zeit. So viel Zeit und tun gar, einfach gar nichts. Gar nichts. Und als letztes möchte ich jetzt diese andere Art von Visionen, diese andere Art von Visionen ist gebunden mit einer Gruppe von Menschen. Das hatte ich auch gestern gelesen, also diese Verse in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, wo Paulus einfach, Paulus ein Wort, etwas vom Herrn bekommen hatte. Alleluja. Lesen wir das. Das ist diese andere Art von Visionen, die ich auch, also in der Bibel sehe. Vielleicht gibt es also andere, vielleicht gibt es noch mehr. Aber das ist, was ich in der Bibel noch finde, diese andere Art von Visionen. Die Visionen, die Gruppenvisionen. Nicht also für nur eine Person. Eine Person bekommt es, aber es bindet einfach, es nimmt also die ganze Gruppe mit. Alleluja. Oh, Joshua Maschia. Also in Apostelgeschichte, Kapitel 16, Abvers, Vers 9. Da erschien Paulus in der Nacht eine Vision. Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sagte, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Paulus hatte diese Vision bekommen. Aber schauen wir mal also, was da so in Vers 10 passiert. Als er aber die Vision gesehen hatte, haben wir sofort ausgestrebt, nach Mazedonien abzureisen. Indem wir daraus schlossen, dass der Herr uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkünden. Alleluja. Paulus hat das bekommen, die anderen haben das auch, die haben, also Paulus hatte die Vision erklärt. Er hat also an den Geschwister die Vision erklärt. Liebe Geschwister, das ist, was sie gestern gekriegt haben. Also da, 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 bla, 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 bla. Und die Geschwister haben das gehört. Und dann haben sie diese Mission einfach umarmen. Ihn angenommen. Die haben einfach die Vision genommen und dann haben sie gesagt, okay, wir beschlossen, dass der Herr uns gerufen habe. Uns, wir und dann uns, uns gerufen habe. Alleluja. Alle haben einfach diese Vision angenommen. Alle einfach haben die Vision angenommen und gesagt, ja, das ist, was der Herr von uns erwartet. Und dann sind sie alle gegangen. Diese Vision angenommen. Und, und in diese Vision, liebe Geschwister, wenn alle die gleiche Vision, also eine Gruppe, eine bestimmte Vision annehmen, jeder in dieser Vision bringt auch seine Talente, bringt auch seine Fähigkeiten, bringt auch seine, seine, seine eigene Kraft und arbeitet dafür. Alleluja. Oh, Joshua, ich preise deinen Namen, Herr. Alleluja. 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 Und das ist es. Das ist also, was der Herr, was der Herr uns also hier sagt. Alleluja. Oh, Halleluja. Joshua, Maschia. Ich preise deinen Namen. Ich preise deinen Namen. Und da arbeiten die Geschwister zusammen. Arbeiten die Geschwister für ein gleiches Ziel zusammen. Für, für, für ein bestimmtes Projekt zusammen. Alle wissen, erkennen, okay, dieses Projekt ist für den Herrn. Dieses Ziel ist für den Herrn. Und alle haben wie das gleiche Ziel und arbeiten dafür, dass das Ziel erreicht wird. Das ist also, was ich als Gruppenvision sehe. Halleluja. Wir sind von einer generischen Vision, alle wollen uns ins Himmel. Und dann sehen wir also von einer persönlichen Vision, gebunden mit den verschiedenen Fähigkeiten, Kräften, die den Herrn uns gegeben hat. Und auch diese Kräfte, diese Fähigkeiten, die den Herrn, jeder Einzelne gegeben hat, können auch für eine Gruppenvision, für eine Vision, eine größere Vision, wo viele Leute da drin sind und arbeiten zusammen für das gleiche Ziel. Halleluja. Das ist es. Was willst du, Bruder? Was willst du, Schwester? Was wollen wir alle? Joshua, Maschia. Ich hatte gesagt, dass ich ja so ein Vers gesucht hatte. Das ist, wenn man so eine Vision hat, man tut alles, damit diese Vision, dieses Ziel erreicht wird. Halleluja. In 1. Korinther Kapitel 9. Halleluja. Danke, heiliger Geist. Danke, Herr. Ich hätte das schon fast vergessen. Halleluja. Paulus sagt also hier in 1. Korinther Kapitel 9, Abvers 22, Ich bin für die Schwachen schwach geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin für alle Menschen alles geworden, um in jeder Hinsicht einige zu erretten. Das Ziel war also, die Menschen zu erretten. Vers 23, und ich mache dies wegen des Evangeliums, um mit anderen daran Teilhaber zu werden. Und Vers 24, wisst ihr nicht, dass diejenigen, die im Stadion laufen, Halleluja, Das ist genau der Vers, was ich am Anfang sagen wollte. Alle laufen, aber nur einer den Preis erhält. Läuft also so, sodass ihr ihn erhaltet. Oh, danke, Joshua, ich würde das hier einfach beenden. Aber alle, die im sportlichen Spielen kämpfen, sind allen Dingen selbst beherrscht. Und sie tun es tatsächlich, um eine vergängliche Krone zu erhalten. Doch wir, eine unvergängliche. Liebe Geschwister, liebe Geschwister, Joshua Maschia hat uns alle, alle für ihn erkauft. Letztes Mal, gestern sagte ich also an Bruder, du gehörst Joshua Maschia. Du gehörst niemandem. Wir sind alle Priester, sagt das Wort. Priester von wem? Von Joshua Maschia. Wir gehören zu ihm. Alles, was wir tun, ist also für ihn. Vers 26, so laufe ich nicht auf unsichere Weise. So kämpfe ich nicht als Schlag in die Luft. Doch ich behandle meinen Leib hart und versklave ihn, damit ich nicht selbst verwerflich werde, nachdem ich anderen gepredigt habe. Ich preise meinen Herrn Joshua Maschia. Danke, Joshua, für alles, was du tust. Ich wollte uns also alle ermutigen, unsere Ziele zu haben. Und dass unsere Ziele immer mit dem Herrn Joshua Maschia gebunden sind. Herr, danke. Danke. Lassen wir uns also alle dieselben Visionen haben. Visionen, unsere Vision ist Joshua Maschia. Und lassen wir uns alle mit den Fähigkeiten, die unseren Herrn uns gegeben hat, für ihn zu arbeiten. Danke, Herr, im Namen Joshua Maschia. Amen.